Mein Arbeitsalltag fängt an ab 7 Uhr in der Früh und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es jeden Tag das Gleiche ist, weil es kommen immer neue Sachen dazu, es sind immer neue Herausforderungen und man kann immer aufs Neue wieder beweisen, was man kann. Von Bewerbungen über projektorientiertes Arbeiten gibt es halt immer wieder was Neues und das ist auch spannend und das taugt mir. Nachdem wir nicht nur Neubauten, sondern auch Sanierungen machen, spielt sich unser beruflicher Alltag mehr oder weniger nur zur Hälfte im Büro selber ab, den Rest sind wir auf Baustellen. Die Arbeitszeiten sind super, wirklich. Man hat Gleitzeit, das heißt man kann sich selber einteilen, wann man circa kommen will und wie lange man dann bleibt. Zum Beispiel ist es so bei uns, dass wir von Montag bis Donnerstag jeden Tag eine halbe Stunde zum Beispiel länger bleiben und dann deswegen aber freitags nur bis zwölf Uhr arbeiten müssen. Ich habe das Gefühl, bei den meisten Kollegen ist es auch so, dass man für Freizeit und Familie genug Zeit hat. Wir verstehen uns alle sehr gut miteinander, wir probieren gegenseitig Spitzen abzufedern, wo jeder jedem hilft, wo man sich hundertprozentig drauf verlassen kann. Jeder Mitarbeiter, der in Kontakt zur Geschäftsführung sucht, da stehen die Türen jederzeit offen. Mein Vorgesetzter ist immer da, wir sind abgesehen davon Büro an Büro, wir sind da in einem ständigen Austausch und das auch mit den anderen Kollegen. Das Unternehmen unterstützt die Fortbildung stark. Wir versuchen auch internen Mitarbeiter sehr stark weiterzuentwickeln. Mir gefällt die Arbeit generell so, wie sie ist. Also ich interessiere mich ja auch viel für die Immobilienbranche, deswegen bin ich auch hergekommen. Es gefällt mir einfach so gut, dass man wirklich mit jedem reden kann, dass du wirklich das machen kannst, was dir Spaß macht. Mir macht wirklich am meisten Spaß, dass kein Arbeitstag gleich ist. Gerade als junger Mensch ist es cool zu finden, wenn man immer wieder etwas dazulernt und sich weiterentwickeln kann und das geht in meiner Arbeit ganz bestimmt. Am meisten Spaß macht mir an der Arbeit, dass ich selbstständig arbeiten kann, dass ich eigenständig arbeiten kann, dass wir, wie gesagt, ein super Team sind. Und die alltäglichen Herausforderungen in meinem Berufsumfeld einfach so spannend sind, dass es eigentlich nie fahrt wird. Es ist immer etwas Neues dabei und man ist eigentlich immer gefordert, das Beste zu geben.